0,001 Sekunden abbauen kann Du, ich hab keine Ahnung Sowas hätte ich jetzt auch gern Für was? Um alles in 0,0 Sekunden abzubauen und einfach in Schacht nach oben zu holen 0,0 Sekunden, Alter! 0,0 Sekunden! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhh Aaaaahhhhhhhhhhhh Das war's mein Führer Ok Okay, ich brauch cleanstor. It's coming! Warte, I give you noch... Hau einfach in den Ofen rein. Junge, Junge. Hast du schon wieder nicht gelernt. Ne, sorry man. Ich weiß, wenn du mal den Boden machst. Ich hab noch nicht genug Bricks, Junge. Achso. Chill dich. Ich chill mich ja schon. Ich lass alles baumeln. Ja, weh. Alter, wie lichtig es hier jetzt drin ist. So lichtig. Lichtig, echtes. Übel wichtig. Stink geil aus. War halt wieder meine Idee gellert. Nein, das wäre dann übertrieben fühlst. Achso. Ich glaub ich mach uns doch noch was rein. Ah, ich hab eine gute Idee. Äh. 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 Ich brauch dann wieder eine Menge Lava. Äh. Und wo kriegst du die dann hier? Tja. Wollen wir ein paar schneller machen. Ja, ach nie. Aber wir spielen hier legal, Junge. Nein, wirklich. Doch, wirklich. Obst du's glaubst oder nicht? Track. Ja. Hm. Passt schon. Man kommt noch so ein Gedanken zu mir. Tja. Ja, ich hab sowas auch offen. Echt das? Mhm. Obst du das glaubst oder nicht? Let's unbelievable. Aber echt. So, dann hier noch weg. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ficken. Das wär auch hübsch gewesen. Zu spät. Ja. Schade. Ah, ich weiß nicht. Ich bin grad noch am rumkrübeln. Am rumkrübeln? Rumkrübeln. 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 Okay, cool. Warst du sehr cool für einen? Hm? Kartoffeln. Nein, ähm. Nicht. Was? Du findest Kartoffeln nicht gut. Doch, ich find's endcool. Ähm. Ist dir aufgefallen, ähm, welch, äh, in welchem Patch das dazugekommen ist, dass, ähm, Steintreppen, wenn du sie abbaust, nicht mehr zu Cobblestone werden? Sondern, wieder zu Steintreppen? Ich glaub das war 1.0. So, gell? Ich glaub seitdem ist das nämlich so. Dieses Geräusch. Man tust du mir so. Ich weiß nicht, hat Spaß glaub ich. So. Dann geh ich mal schnell über den Cobblestone. Obwohl, noch nicht. Ich geh mal schauen, ob die Farm fertig ist. Ist grad dunkel. Es wird grad noch... Boah. Da oben geht's auf unseren coolen Balkon. Unseren Zukunftsdenken. Boah. Weil das von vorne, das sieht das Haus ein bisschen hässlich aus, deswegen. So, okay. Ähm, let's go panning. Werd ich aber auch sagen. Äh, warte, warte, warte. Ich muss das Feng Shui verbessern. Warte, warte, warte. Feng Shui? Was laberst du? So, jetzt ist das Feng Shui besser. Toll, jetzt schauen wir ja beim Schlafen gegen ne... Aber... Ohne Scheiß, so ist es viel cooler, als wenn wir gegen die Tür schauen. Ja sag ich ja, Junge. Feng Shui, ich sag's dir. Ewe. Du kannst das halt wieder, oder? Ewe. Jetzt darfst du mal Dings schauen. Farben. Ja, das... Wie viel cleanst du und du grade brennst? Junge, Junge, Junge. Drei Stacks, Junge. Okay, ist noch nicht fertig. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? In meinem anderen? Welch im anderen? Ah, mein... Stimmt schon. Gott! Gott! die stelle dabei kann ich über simon lästern kommen lassen wir über simon wenn der nicht du wolltest über mich lästern nein was lauscht du ich habe meine kopfhörer noch auf ja 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 wollen wir verbessern dass simon lästern wenn er nicht da ist habe ich nicht gesagt das war das war kartoffel halt die fresse telefon als maul halt stopp also mein kaffee habe ich getrunken aber beruhigt habe ich mich nicht jetzt können wir weiter diskutieren ich habe jetzt meinen kaffee getrunken ruhig habe ich mich jetzt nicht ich mache gerade leitern kaputt das ist ein innovativer menschen kannst du dann die kaputten leitern kannst du da das kunstwerk verkaufen ja man wer ist ja man was ist ja man cool mein bambus wächst schon echt m auch so schön hast du die betonung gehört auf mein bambus das war also ich habe gerade einen kopf zu achten ich habe dann mit Band Abbaustelle gefunden oder doch die auf dem Hügel neben der Form das ist ein Hügel neben der Form wo du von der Banken ja da sind wir so 10 Cent oder so so Kartoffeln Juhu sag ich noch eins nach unten wie halt da so ein random zombie einfach mal so beim verbrennen rumba schon seit zwei sagen ich komme wieder ich mach nur schnell lichtern ach das so jetzt ist er nicht da jetzt können wir über ihnen das dann muhaha das gute ist er hat kein kabelloses headset er hat ich weiß gerade nicht wie hier alles machen soll du weißt es nicht ich weiß nicht ob ich wasser und lava kombinieren soll oder ob ich nur lava reinmachen soll ich weiß es nicht wenn du wasser und lava kombinierst dann kommt obsidian raus ja dann kommt Pflasterstein raus ja das kommt jetzt auch an wie du das kombinierst oder es kommt gar nichts raus oder Kartoffeln raus das ist natürlich die andere möglichkeit dass Kartoffeln rauskommen können ohja also Kartoffeln ich sag's dir Harker-Kartoffeln oh das hätte ich gerade vielleicht nicht so machen sollen da schluss drauf also ich sag dir schon mal das wird episch ja das letzte war auch episch also voll ich mich schon drauf echt jetzt du freust dich drauf das ist aber cool von dir Simon echt jetzt du freust dich drauf das ist aber cool von dir Simon haha der Spitzhack ist mir wieder im Arsch tja das ist schön für dich nein das ist gar nicht schön für mich ich hab Hunger tja ich hab schon seit 10 Stunden kein Essen mehr das hast du jetzt nachgezählt oder äh ja äh can you make this cobblestone äh Pflasterstein to wood zu wood häääh ich soll co- ob you can make this äh Pflasterstein zu Holz äh Holz ähm 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 bretter das Korbis äh äh das Pflasterstein könntest mal machen ja soll nur da ja mach mal ok die Bonk ähm 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 irgendwas wollte ich gerade hier ah ja genau und so und zuck und zuck und zuck und zuck und zuck und zuck und 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 werten die Bricks reichen schon wieder nicht ja du hast du noch welche oder ich habe noch genug Clay also ich habe jetzt mal eineinhalb eineinhalb eineinhalb